Klein aber oho! Der neue Renault-Modus gibt einen neuen Weg in der Kleinwagenklasse vor. Unser Motorexperte Peter Lang testete für Sie den kleinen Franzosen. Bei uns geht es weiter mit dem Thema Finanzen und Best-of der Service-Rubrik der Sparkasse Oberösterreich. In knapp zwei Wochen ist es soweit. Der traditionelle Weltspartag steht am Programm. Neben kleinen Präsenten warten auf die fleißigen Sparefros jede Menge Aktivitäten und das heuer zu einem besonderen Jubiläum. Was erwartet euch diese Woche im Kino? Ein Zeichentrick-Abenteuer. Große Haie, kleine Fische.